Hi! Ich sag euch, das ist so viel Action hier gerade. Seht euch mal New York an. Das alles nur von einem riesigen, weichen Marshmallow-Mann. So, ich will erst mal gucken, was das für Viecher sind. Ähm... Steingargäuil. Äh, körperlich angreifbar. Ähm, Protonstrahl und Schmetterangriffe machen ihnen Schaden. Okay. Au. Oh! Grab'em and slab'em, noob! Ah! Interessant. Ghosts and Gargoyles. Ah, okay. That was a game. Ghosts and Gargoyles. A game we played when I was in the seminary. Ghosts and Gargoyles. What dink game didn't you play? Do you have your eight-sided dice with you? Ist das wieder ein Gargoyle? Nein, das ist ein normaler Geist. Oh, ein Bauarbeiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr, wie manchmal das Bild sich dreht? Okay. Okay. Du bist ein Gargoyle. Weg mit dir. Ham... dich... ab... in die... Falle. Sehr gut. Was? Oh. Hier, hier, hier. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin da. Bonk. Bonk. So, wenn man's einmal raus hat... kein Problem. Oh mein Gott. Oh, wo kommst du denn her? Oh. Oh, Bankman is down. Run! Oh nein, nicht du auch noch. Winston, steh auf. Schießt der mit Nieten auf mich? Ab mit dir in Nektor 1. Ab mit dir in Nektor 1. Ich komm gleich, Winston. Rein mit dir. Okay, Winston hoch. Hoch mit dir. Mein Gott ist das... Au. Molotovs. Wollt ihr mich jetzt endgültig verarschen? Rein mit dir in Nektor 1, Junge. Ja. Komm, komm, komm. Du warst doch schon im Nektor... So, jetzt. Ey, ich halt nicht mal zu viele Schläge durch. Wollt ihr mich? Hat er mich grad mit seinem... Beziehungsweise, ich glaube, der... ...hieß Winston, der Junge. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und frei mit dir in Nektor 1. Mann, 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 Mann. W-w-w-what's, uh... W-w-what do we do? It's not vaporizing fast enough. There's too much of it. Damn! I thought it could become any harder to get around Manhattan. Haben wir gerade die Ströme gekreutzt? Well, we're not getting through that way now. Hey, cut through this alley. We might be able to head off State Park. We need to find a way around this mess. See, if either you... Egon... Ray... Sorry. Geh mit Winston raus. Ja, da hieß Winston. Let's go see if we can find us a shortcut. You with me? Yup, ich komm mit Winston. Kann ich bitte auch ne Taschen erbauen? Und Clothesline fresh. Auf den Straßen, glaub ich, gab's keine Artefakte. That's normal. Are you kidding me? Haunted Laundromat? That's totally normal. Passiert nur auch ständig. Ständig. Aha. Yes. Waren da Vögel drin? Achso. Artefakte angucken. Und ich glaub, wir können uns wieder eine Aufwertung leisten. Oh ja. Und diesmal sogar eine stärkere. Was haben wir denn da? Äh... Sprengstrahl... Rückschlag... Senkung... Was ist hier? Fringert Aufladezeit zwischen Scans. Hm. Irgendwie hatte ich damit bisher keine Probleme. Äh... Hebt Bewegungseinschränkungen auf. Achso. Ja. Ja. Gerne. Ein bisschen mehr Beweglichkeit während wir mit den... Das sieht aus wie unser Ticket. Das Tank ist Leakin Gas all over the place. Das ist ein sehr starkes Sicherheitshazard, Mann. Ich wollte sie erst testen, aber da sind wir diesen Sicherheitspunkt heute irgendwie, Sie sollten sich bewusst sein, dass ich den Neutronenwand modifiere, der normalerweise den Partikel-Stream verlässt. Wow. Es ist wie ein Weihnachtsmus-Game early. Ah, jetzt haben wir. Wir haben Weihnachtsmus-Game vor Halloween dieses Jahr. Der Sand, der kam zu meinem Haus, und wir haben... Allerdings verbrauchen wir, glaube ich, unser gesamtes... Ja. Ihr könnt euch vielleicht zurückstehen. Wie weit genau? Back. Way... Es ist sehr stark... Ausrüstung ansehen. Es ist sehr stark, dieser Boson-Pfeil. Allerdings verbraucht er, wie halt gesagt, unsere gesamte Kapazität. Wir sind überhitzt. Außer wir nehmen das hier. Das ist das Nächste, was ich anstreben will. Damit können wir, glaube ich, zwei abfeuern. Schön gemacht. Great job, kid. Ja. Combustible Gasoline. Es ist der Zukunft. Egon, wieder auf den Super-Slammer. Ich, äh... Ich habe ihn mit. Es ist ein Prototyp, Peter. Du, das ist ein Proto-Typ, Peter. Du, das ist ein Proto-Typ, von dir. Du, das ist ein Proto-Typ, von dir, über zu viele Proto-Typ-Typ? Well, ich habe es. Wir haben einen High-Expansion-Rapid-Cycle-Multiple-Ghost-Absorber. Es ist schneller und größer als unser Portable-Emmens. Am ich in Chester? Ist das ein dick genug zu roasten, das ist das? Okay, okay. Potenzial. Aber unsere Exposure zu interdimensionalen Deiten ist nur marginal zu heute. Also wäre es wunderschön, ein paar Fehler zu antizipieren. Du weißt, für einen großen Mann, der klingt sehr schrecklich. Wir sollten einen Peleron anziehen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Fahrt weiter. Oh, wie gut, dass ich hier langgegangen bin. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. Ich habe ein Artefakt gefunden. Nachdem ich das in der Bahn nicht gefunden habe, bin ich nämlich ziemlich angepisst. Das sieht hier so nach einem Kampffeld aus. Hindenburg. Die Opera. War nicht das Show geöffnet, als die Stage fangte und die Kaste töten? Ich habe die Revision. Oh, die Union. Oh, ja. Ich habe die Sand. Das ist richtig. Ruflust Producers. Sie haben gerade wieder öbnet es letzte Woche. Es ist krank. Da muss man etwas wirklich schlechtes an dieser Stelle sein. Ich habe eine Fülle Schöne. Das ist gut. Wir sollten wahrscheinlich mal schauen. Ich glaube, das bedeutet, dass wir nicht alleine sind. Ja. Das sind die Flüssige Flüsse. Schwarzschleim ist aus dem, ähm... Schwarzschleim ist aus dem, ähm... Das ist aus dem zweiten Ghostbusters-Film und offenbar, wenn man drauf schießt, kommt was raus. Es ist erst vorbei, wenn die fette Dame gesungen hat, wa? Schau! Schau! Ich singe! Sie ist so alt. Sie sieht wie ein Operasinger. Und eine heftig eine davon. Hier, nimm das. Was ist das? Oh, es hat nicht so viel gemacht, leider. Ah, nicht zu nah ran. Sie ist eine Banshee, die kann uns betäuben. Ah, das... Ach, das sind jetzt Portale für die? Ja. Sind das zwei? Wow, 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 wow. Es sind jetzt zwei. Nein, 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 nein. Ich will die andere. Ah, verdammt. Ich hab mir doch viel zu viel Leben. Die andere haben wir fast. Die eine haben wir doch fast. Hau ab! Da! Dich hab ich gesucht! Ah! Rein mit dir in den Ektor 1! Was? Ja! Ah, ne. Ah, sie ist drin geblieben. Okay. Aber ich! Ah, ich halt nicht mal ein zu lange durch. Oh Gott! Oh Gott! Wo liegst du? Wo liegst du? Venkman! Ah, da. Winston braucht jetzt auch einen Sunny, alles klar. Ja, bin da. Au. Oh. Oh, die fette Dame. Das war jetzt keine beabsichtigte Harry Potter Referenz. Oh, komm schon. Danke. Ich seh ihn. Ich versuche ihn zu kriegen. Oh, jetzt sind auch noch so Schwächlinge hier. Oh. Okay, die können wir erstmal ignorieren, glaube ich. Hast du die fette Dame? Okay. Die sind gerade mein... Komm schon, lad dich aufschmettern. Lad dich auf. Ah, ist weg. Wieder Gargoyles hier. Komm. Die fette Dame. Alles klar, weg damit. Wo ist Winston? Da ist Winston. Winston, steh auf. Oh, gut, dass ich... Gut. Gut, gut, dass ich ihn noch erwischt habe. Da, das hab ich gemeint. Ziemlich geiler Schaden. Sind hier wieder Gargoyles? Oh, schon wieder ne dicke Dame. Ah, ich hab verfehlt, glaube ich. Sunny? Okay. Winston, steh auf. Oh, Gott. Oh, Gott. Hey, over here. Yo, ich komme weg, man. And that is precisely how that's done. Look out, above you. Yo. Lass Actor 1 in Ruhe. Ich glaube, es hackt. Wo kommt sie raus? Da. Nope, not with me. So, wir haben sie. Wo ist sie? Und dann mit dir. Auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt ab mit dir in den Actor 1. Oh, Gott. He just did a service to humanity kid. Hindenburg is a terrible show. Times Square, post urban renewal. All shiny and clean. I love it. Hm? Say, is that he? He's hard to miss. Egon, how close do we have to get the big trap to reel him in? A lot closer than this. Let's see up here. He's looking for something. Is he looking for something or someone? If you can see behind me, the streets are in absolute chaos. Authorities are doing everything they can to quell the panic and maintain order. It is madness out here. The Stay Puft Marshmallow Man, star of the popular children's television show, is on a rampage. This is not the Stay Puft we've come to love. Fortunately, the Ghostbusters have arrived to put everything back to normal. It's damaged. I've got to fix it or we won't stand a chance. We need to get from here to there. Make sure the big boy doesn't find whatever he's looking for. Good strategy. It's dangerous though. That's a lot of open ground to cover. All right, Sport. It looks like it's me and you. Let's go across Times Square and get into the building. Stay Puft is so interesting to him. You guys keep him off us, if you think you can. He knows you're there, Ray. I don't think he likes it. Yeah, he spotted us. Keep moving. Okay, er hat eine Schwäche für den Pfeil. Aus diesem Grund eben schnell die Aufwertung kaufen. Super Ladung. Her damit. Unbedingt. Her damit. Was war hier nochmal? Benutzerschadenreduzierung. Oh. Okay, wir sollten wirklich zurück. Wir sollten hier wirklich weg. Benkman, du musst ihn abstraktieren. Benkman, hast du Koffi bekommen? Benkman ist Koffi. Bowson will loosen him up. Mr. Ray! Ray where are you? Ray? Okay. Hier rein? Are you sure of it? Okay. Ah, ja. Ich glaube, die waren auch in One-Hit für den Boson-Pfeil. Oh-oh, er hat nicht gefunden, was er an den unteren Flüssen achte. Komm schon, wir müssen auf den unteren Flüssen kommen. Ich wusste, das Telefon, ne? Ja. Artefakt ansehen. Okay. Habe ich genug Kohle für? Nein, noch lange nicht. All full, going up. Let's stay in for lunch, you said. Bye, lead the building, you said. It'll be quiet, you said. You know you're fine. You're right. I secretly knew, our lives would be in danger and thought, hey, I'll make sure I trapped Mark with me inside an elevator. In so einer Situation würde ich keinen Aufzug benutzen, mal so nebenbei. Okay, aber ich nehme jetzt diesen Ladescreen hier und sage mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, ich bleib bei dir. Ähm, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Baba.